Sie sind hier, vergrößern, verkleinern, Christian Heidel, dritte VL, wird im Sommer bei Schalke gehen. Sport 1 zeigt die Transferbilanz des 55-jährigen 25. Februar 2019, 17.41 Uhr. Christian Heidel tritt spätestens im Sommer als Schalke-Vorstand zurück. Der Hauptvorwurf, die angeblich verfehlte Personalpolitik. Sport 1 zeigt Heidels Transferbilanz. Es war der Paukenschlag des 23. Spieltags. Christian Heidel wird spätestens im Sommer nach drei Jahren seine Zelte beim FC Schalke abbrechen und als Sportvorstand zurücktreten. Der frühere Mainz-Manager gab nach dem enttäuschenden 0 zu 3 bei seinem Ex-Klub Mainz 05 seinen Rücktritt am Saisonende bekannt. Der Hauptvorwurf, die angeblich verfehlte Personalpolitik des 55-Jährigen. Zu Recht, Sport 1 zeigt Heidels Transferbilanz in seiner Schalke-Zeit. Zu Recht, Sport 1 zeigt Heidels Transferbilanz in der Infob Ruhr-Kur taught prinsen Orte Eidels Transferbilanz. Untertitelung des ZDF, 2020 Meter methodbrief ist bei de diesem摂们 mit Städtイ Eidels Transferbilanz. Vielen Dank.